Ja, moin moin was auch immer, Kaiwebeetjob mal wieder am Start und heute nach langer Zeit habe ich mal Bock wieder ein Q&A zu machen und während ich hier ein bisschen was einstelle, ein bisschen was umfunktioniere ja, wenn man das so sagen darf frage ich euch, was habt ihr so für Fragen? ja, das ist natürlich doof zu egal, stellt mir einfach irgendwelche Fragen, schreibt die am besten rein in die Kommentare würde mich natürlich super freuen und je mehr Fragen, desto besser, ich denke mal so ab 10, 15 Fragen werde ich auch dann ein Video machen aber wie gesagt, hängt davon ab, was für Fragen da sind wenn natürlich scheiß Fragen, dann natürlich nicht, ist ja logisch das, ähm, erklärt sich von selber naju, die Leute, wie gesagt, haut da rein stellt die Fragen rein und man hört sich, bis bald und ciao